Was geht ab ihr Monster und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute endlich mal wieder Arsenal, denn wir haben ja eigentlich die Battle Pass Grind Series angefangen und ich habe sie noch nicht weiter gemacht. Wir sind momentan auf Level 6, beziehungsweise haben wir jetzt fast erreicht, um dann weiterzugehen bis Level 15. Ich muss da auf jeden Fall viel nachholen und wir werden jetzt hier mitten in die Runde starten. Ihr wisst, das ist eine riesen Challenge für mich. Und falls ihr genauso Hype seid auf Arsenal folgen wie ich, dann smash jetzt den Like-Button. Und dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo, denn Support ist kein Mord. Und ich habe mir natürlich diesen Laserschwert-Skin gekauft, wie schon angekündigt. Aber jetzt müssen wir mal loslegen. Der erste hat nämlich schon 11 Kills. Wir hängen also gut zurück. Ich habe hier ordentlich Zeit verstreichen lassen. Das war nicht gut. Das heißt, wir spielen jetzt hier erstmal, schießen wir die Leute an. Zwei. Oder hat es nicht gereicht? Da vorne sind ein paar. Komm, unter der Brücke. Perfekt. Nice. Und jetzt müssen wir hier aufholen. Wir müssen hier ganz dringend auf. Und wir müssen hier am besten ein bisschen anschießen. Upsala, um hier ein paar Punkte zu kriegen, wenn jemand anders den dann fertig macht. Ja. Da scheint keiner mehr zu spawnen. No, Treffer. Nice. Oh, den haben wir nicht mehr gekriegt. Da stiegt sich einer ran. Oh, komm her. Oh, das ist mir. Du auch. Du auch. Perfekt. Wir müssen aufholen. Wir müssen aufholen. Oh, wir haben ihn noch gekriegt. Wir haben ihn noch gekriegt. Human Bond ist ein Monster. Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Finde ich cool. Spielen wieder welche mit. Ups. No, den haben wir auch erwischt. Oh, Flamestrower. Da müssen wir näher ran. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir direkt noch einen weg. Und den haben wir auch. Nice. Wir kämpfen uns hier nach vorne. Wir sind zwar immer noch nicht auf Platz 1, aber wenn das jemand schafft, dann natürlich wir. Ups. Es gibt natürlich auch ein paar andere gute. Aber ich würde behaupten, ich bin relativ gut in Arsenal. Das heißt, sollten wir doch jetzt hier hinkriegen. Daneben. Oh, bewege dich nicht so. Ja, danke. Perfekt. So, haben wir schon den ersten Platz erreicht? Nein, wir haben 18. Der erste hat 22. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal wieder jemanden finden. Oh, da oben sitzen alle. Da sitzen halt wirklich alle. Das ist halt ungelogen alle. Oha. Oh, oh, oh. Oh. Haben wir nochmal zwei geholt. Jetzt sind wir auf Platz 2. Wir haben aber dieselbe Anzahl an Fracks. Oh, den hätte ich gerne gehabt. Der ist weg. Der ist auch weg. Oh, oh. Wir sehen uns da mehr. Oh, da. Nice. Komm schon. Komm schon. Geht doch. Ah. Ah. Drei Treffer. Nice. So. Wo spawnen sie jetzt? Das ist die Frage. Die müssten eigentlich, ich wollte gerade sagen, hier unten sein. Oh, perfekt. Da ist einer hingesprungen. Ist er? Bin mir gerade nicht sicher. Wir gehen uns mal hier unten gucken. Mit dem Laserschwert. Oh, hier ist aber keiner. Wo sind sie denn? Da. Komm her. Oh, lauf. Da habe ich rein potato. Lull. Ich wollte gerade sagen, 99. Und den haben wir auch. Wir sind auf Platz 1 mit 28. Wir holen das jetzt hier noch ein. Ist das die vollautomatische? Bin mir nie sicher. Ja, ist sie. Na, perfekt. Den haben wir auch. Oh. Der ist gerade ganz kurz vorher getroffen worden. Mist. Jetzt haben wir hier die Golden Gun. Huh. Nice. Goldes Laserschwert. Kann ja gar nicht schieflaufen. Wir umhüpfen. Nein. Ich wollte gerade sagen, wir umhüpfen jetzt hier den Tower und dann holen wir uns das Ganze. Das ist eine gute erste Runde hier auf jeden Fall für den Battle Pass auch. Ich zeige euch auch gleich mal. Was? Das zählte nicht? Och, nö. Ich wollte euch eigentlich sagen, ich zeige euch auch gleich mal die Aufträge. Die habe ich nämlich auch schon richtig weit gespielt. Tatsächlich immer in den Videos. Aber die richtige Series, dass wir den Battle Pass grinden, die ist irgendwie noch gar nicht so... Komm hier rein. Nice. Die ist gar nicht so weit fortgeschritten. Oh, da ist unser Opfer. Da ist unser Sieg. Woo. Erste Runde. Und ich würde sagen, die zweite Folge zugleich. So, wie schon angekündigt, jetzt hier auf Agency. Ich zeige euch kurz meine Aufträge, meine Contracts, meine Verträge. Die habe ich nämlich auch schon richtig weit runter gespielt. Acht von elf Runden müssen wir spielen. Das geht ja gleich noch. Pull-HP-Kills drei. Okay, dieses Grad ist angebrochen. Explosive-Kills dauert richtig lange. Aber egal, wir kriegen das schon hin. Und ich muss sagen, es sind gerade richtig viele Zockmonster hier am Start. Alina ist am Start. Es waren gerade auch noch mehr. Die joinen gerade noch. GHD kannte mich. Auf jeden Fall viele Grüße an euch, die gerade mit in der Runde sind. Aber ich muss mir jetzt hier ein bisschen mitmachen, weil in Arsenal ist es tatsächlich nicht so einfach, einen Vorsprung wieder aufzuholen wie gerade. Deswegen vier von Anfang an mitmachen. Und auch da bin ich schon wieder viel später reingegangen. Er ist dann schon wieder vier Treffer. Aber ist egal. Ist egal. Selbst wenn wir verlieren, ist auch nicht so wichtig. Oh, oh, oh. Wollte doch gerade sagen hier. Oh, die neue Waffe nehmen wir auch noch mit. Das war die G36. Die ist echt ganz cool. Von hinten ist unser Mate. Ich habe jetzt hier... LOL! Not bad. Direkt mit zwei Treffern hier gewonnen gegen mich. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die hier sind. Ich würde halt auch gerne einfach jemanden mit dem Laserschwert mal besiegen. Oh, da hinten war einer. Den holen wir uns jetzt. Oh, läuft! Ja, moin! Oh, 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 das war knapp. Drei HP ist nicht viel, obwohl er eigentlich in Hellspack lag. Ich habe mich nicht geheilt. Das wundert mich. Aber das scheint immer schon ein bisschen buggy gewesen zu sein. Lup! Den haben wir auch erwischt. Ich muss mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren und ein paar Kopftreffer machen. Denn das ist nämlich Teil meines Vertrages, um mehr Punkte zu bekommen. Und habe ich ja noch gar nicht. Er tanzt. Na, moin! Er tanzt für mich. Nice. Warum auch nicht? Oh, hab dich. Oh, Leben ist immer wichtig. Und dann gehen wir mal hier rein. Na komm, hier war bestimmt... Da, der wartet auf mich. Oh, lol! Ich wusste es! Aber ich war nicht schnell genug. Da war noch einer auf Seite. Schade drum. Egal. Den nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Na, kommt da jetzt mal... Jo, da kommt jemand mit dem schweren MG. Oh, das war auch ein Punkt. Oh, lol! Lol! Okay! Nehmen wir mit. Easy. Oh! Okay. Das war knapp. 16 hatte ich noch. Aber jetzt müssen wir uns auch mal langsam nach vorne kämpfen. Wir sind jetzt auf Platz 1 wieder. Eingeholt. Haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Gegner hier finden. Das ist nämlich immer das Schwerste hier. Ich finde die Karte tatsächlich eigentlich... Ich weiß nicht. Ist doch eine Hassliebe. Mal ist die cool, mal nicht. So, wieder er. Der hat mich gut getroffen. Oh, und da kommt noch ein Zweiter. Ach, nö! Egal. Einfach mal, jeet! Rein da. So, gucken. War da einer? Da war einer tatsächlich. Aber jetzt nicht mehr. Hups, Alter! Wo sind sie denn alle hin? Oh, es ist so nervig, hier die Gegner zu suchen. Eigentlich müsstest du nur in diesem Bereich bleiben, weil hier kommen die immer vorbei. Gefühlt. Jetzt gerade ist es halt echt anstrengend. Ich finde halt niemanden, ne? Also habt ihr jetzt mal ohne Flux? Schreibt mir meine Kommentare. Habt ihr auch so eine Durststrecken an Gegner? Ich meine, ich habe jetzt... Da kommt einer hoch. Wie lange haben wir jetzt hier keinen Gegner mehr gesehen? Bin hinter dir, mein Freund. Das ist halt echt schwierig. Die wollen halt gar nicht. Lol! What? Also der war... Der war komisch. Der war komisch. Der war wirklich komisch. Oh, schade. Da war er explosiv. Sonst hätten wir den auch noch gekriegt. Hat auch kein anderer gekriegt. Die ist ziemlich krass. Ich bin mir nicht sicher. Mit der muss man irgendwie nicht so genau drauf sein, sondern nur in die Richtung schießen, um da einen Treffer zu machen. Ich habe die bis heute nicht verstanden. Ich hatte die jetzt schon gefühlt hundertmal. Aber ich habe die bis heute nicht so ganz ver... Ganz verstanden, wie die funktioniert. Seht ihr? Ich muss einfach vor dem auf den Boden schießen. Also die hat so ein bisschen... Lol! Danke dafür. Och nö, der Bogen. Wir haben verloren. Easy. Mit dem Bogen kriege ich nie was hin. Das wäre es gewesen, oder? Stellt euch mal vor, ich hätte den jetzt getroffen. Mit dem Bogen kriege ich nie was hin. Frumm! Direkt Treffer. Aber nein, leider war es nicht so. Aber jetzt vielleicht. Huuu! Oh, 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 oh. Der ist ganz komisch. Also der ist CF Leon. Der trifft irgendwie komischerweise, obwohl er nicht mehr in die Richtung guckt. Und man ein Indiz dafür, dass jemand komisch ist in dem Spiel. Weil so funktionieren tatsächlich die Aim-Bots in Arsenal. Die Leute gucken sich... Also die gucken dich gar nicht an. Und treffen dann immer von hinten raus. So quasi aus dem Popo rausgeschossen. Also so doof das auch klingt, so sieht das dann aus für dich. Darauf müsst ihr immer achten. Aber es scheint jetzt... Der scheint jetzt nicht besonders irgendwie weit erster zu sein, oder sowas. Vielleicht war es auch ein Leck. Man meint es nie. Deswegen immer vorsichtig sein, wenn ihr jemanden Hacker nennt, oder sowas. Meistens ist es nämlich nicht so. Oh! Oh! Dieser Delete-Kill-Effekt ist ganz nice. So, wir sind auf wieder Platz 1. Müssen wir es nur halten. Oh, oh. Oh, kommt hier noch einer? Bin mir nicht sicher. Da. Loll! Ich wollte gerade sagen, das war noch ein Treffer. Ah! Nein! Zweimal getroffen mit dem goldenen Laserschwert. Der hatte noch 13 HP. Oh, das ist ärgerlich. Da hätten wir es fast geschafft. Es wird schon wieder knapp hier. Okay. Das war nicht zu machen. Wenn man auf 3... Das war nicht zu machen. Boah, das Laserschwert ist so schön. Ich bin recht froh, dass ich mir das geholt habe. Das war lohnenswert. Also wirklich, ich finde es halt schön. Ja, geht doch. Perfekt. Zweite Runde in Folge. Nice. Battle Pass. Ich werde dich schaffen. Wir befinden uns in der letzten Runde. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die auch nochmal gewinnen und ein Triple machen. Den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Wir kämpfen uns hier auf jeden Fall nach vorne. Oh, loll. Er hat mich erwischt. Mist. Ah, hätte klappen können. Hätte klappen können. Sollte aber nicht. Loll. Nice Shot. Schon wieder der CF Leon. Also der Leon ist echt krass. Wundert mich manchmal. Also das sind schon chemische... Aber egal. Loll. Me. Gut erwischt. Vierter momentan. Aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Wir sind diesmal sogar sofort dabei. Mal gucken. Oh, fall da nicht runter, mein Freund. Hier hochzukommen ist immer doof. Der Spawn, den verstehe ich auch nicht. Warum man da überhaupt spawnt. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir machen. So, hinterher. Hier war gerade einer. Oh, loll. Weil wir durch diesen Gang gelaufen sind. Ah, Mist, Dreck. Das ist natürlich immer unvorteilhaft. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich glaube, hier gibt es nämlich eigentlich immer die meisten... Oh, es gibt gleich Pizzakartons. Nicht cool. Gibt gleich Pizzakartons. Keiner hat Lust auf Pizzakartons. Oh, Treffer. Ah, da hätte jemand kommen können. Normalerweise. Gucken. So, wir haben uns auch geheilt. Wir hatten nämlich nur noch 10 HP. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, loll. Direkt zwei bei Wishten mit der Pizza. Hier ist noch einer gespawnt. Das war einer von uns. Das heißt da, wir gehen da hoch. Kämpfen. Oh. Oh, loll. Ah, ich muss mir abgewöhnt. Also zumindest auf der Map sollte ich nicht immer so schnell aufs Messer wechseln. Das meine ich damit. Sonst kriegen wir nämlich richtig auf den Keks. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin da zwar super langsam und super unangenehm, aber... Mann, mir passiert dasselbe trotzdem. Kein Glück gerade. Diese Runde versage ich ja richtig. Oh, komm schon. Ach, Mann. Ich werde aber auch gerade genutzt. Da kommt jemand rechts am Fenster und von vorne. Das ist doch... Oh, da oben war einer. Oh. Du, es wäre... Ich will die Waffen loswerden. Hoch. Ob wir jetzt hier jemanden sehen. Wir nutzen das jetzt ja auch mal aus. Ein bisschen das Dach. Wir müssen jetzt echt aufholen. Hier ist halt original einfach keiner. Ich habe kein Glück gerade. Wieso habe ich so viel Pech? Da. Nice. Oh, lol. Perfekt. Müssen wir hier bleiben. Oh, lol. Perfekt. Dann haben wir auch. Nein. Er deletet mich einfach. Egal. Der wurde auch erwischt. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Jetzt sind wir die doofen Waffen los. Und hier oben war auf jeden Fall noch einer. Den da oben auf dem Dach, der interessiert uns nicht. Der auf dem Dach ist zu schwer zu kriegen. Das heißt, wir suchen jetzt hier unten. Wir gehen jetzt im Haus jagen. Wir sind... Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber wir sind trotzdem wieder im Rennen. Da ist keiner. Das heißt, hier oben spawnen die jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, 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 ja. Mit Ansage. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Da muss ich kurz die Spawn Protection abwarten. Das ist immer anders nervig. So, jetzt könnten die hier unten wieder kommen. Nice. Richtiges Potato Aim. Habe ich verdient. Einfach mal auf den Sack gekriegt. Mein Gott. Wie kann man so hart daneben schießen? Oh. Jetzt wird es aber irgendwo. 25. Der ist halt 5 Fracks vor mir. Jetzt muss ich aber aufziehen hier. Lass mich vorbei. Ich muss durch. Oh nein. Nein, 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 nein. 22. Jetzt bin ich sogar nur noch dritter. Oh, oh. Die Runde sieht nicht gut aus im Monster. Nicht gut aus. Oh, der ist durchgehüpft. Oh, Leute. Komm, einer. Nice. Oh, den hätte ich gehabt. Oh, wie ärgerlich. Den hätte ich halt gehabt. Hier hinzugehen ist vielleicht nicht das Beste. Oh, 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 oh. 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 Da haben wir direkt 2 Gold. Die Zellen aber leider nicht. Der zählt aber. Hups. Ja, kommt hier lang bitte. Komm. Einer zumindest. Komm schon. Wir sind wieder auf Augenhöhe mit dem Ersten. Aber es hilft uns nicht, wenn hier keiner kommt. Da war noch einer. War da noch einer? Ne, da war leider nicht noch einer. Oh, oh. Hier oben vielleicht. Auch nicht. Hier sind unsere gerade gespawnt. Oh, da waren 45er hin. Nein. Oh, what? So ein Lucky Shot. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Oh.